meine position war etwas anders ich will endlich einen sattel für das vieh Ja, haut nochmal kurz in die Werkbank, Tummel. Nimm dir den von Pteradon Level 22. Ne, das ist deiner halt. Nimm dir den von Pteradon Level 32. Nein. Doch, weil der wiegt doch eh plus. Ich muss den eh plus auslasten, hier. Der Scheiß ist das neblig, Herr. Der hat 20 Kilo. Stefan ist wieder eine Rauchen. Essen, Marc? Ja, geh mal essen. Wir gehen essen, wir sind gleich wieder. Bis dann. Und dann geht's weiter. Ich vermisse meine alten Tiere. Ist das so? Dann zählen sie dir doch neu. Ja, es ist nur nicht so einfach. Ich bin mal fix AFK. Ja, geht doch alle. Was ist denn alle allein? Was bin du allein mit dem Hesl? Was? Ich geh. Tschüss. Wie schön waren die Zeiten, wo man so viel Narkosemittel hatte. Oh, andere so viel Narkosemittel. Warum andere? Ich hatte auch viel. Am meisten. Brauchst du? Nee, du baust schon direkt aus Stein, ne? Right. Weil ich habe eine Holzfalltür, zwei Holzleitern und einen Holzrahmen. Also Holzfalltürrahmen, so. Warum hast du das? Äh, das war in so einem Drop. Wo war ist der? Wo war ist der? Ich steh. Wo ist denn hier mein Reiting? Alter, hier sind alle auf einem Haufen. Wo ist meins? Welches ist meins? Ähm, ja, das ist schwierig. Ah, da. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich habe ihn gefunden. Ja. Ja. Aber er steckt fest. Komm, du packst das. Ja, komm. Ja, ja, er schafft es. Ach so, der ist voll. Warum ist der voll? Was hast du gemacht? Ach so, wegen mir. Oh. Total Error. Was? Ich habe ein Arc-Error. Oha. Kannst du mir sagen, wenn es dasteht, dass ich ausgelockt bin? Äh, wo sehe ich denn das? Ist da nicht immer eine Meldung bei dir? Nö. Na, dann warte ich einfach. Bei mir kommt da keine Meldung. Das war's. Aber ich kann ja gucken. Ich stehe mal neben dich. Wenn du weg bist, bist du ja ausgelockt. Nur wenn ich umkippe, genau. Cap om. Also noch stehst du da. Mit der Hand vorm Gesicht. Ja. Ich stehe mal. Ja. Ja. das dauert ganz schön lange ich bin Mohammed Ali ich schlage in den Schritt vielleicht geht das schneller das kann das Spiel sicher differenzieren vielleicht geht es mit dem Knüppel das ist ziemlich lustig wenn das Spiel tatsächlich unterscheiden könnte ja wenn er dann so wenn du in den Schritt ja dann fällt so auf die Knie jetzt nimmt langsam alles gestaltet so flieg endlich raus hier ja super ja weißt du was dann hau ich ab bis ich fertig bin mit dem Rauch und bis dahin sollte es dann schon verlaufen ach ja stimmt du kannst ja jetzt bist ja on the line ja genau ach er hat einfach einen Sattel draufgepackt sehe ich gerade also das ist echt also das würde ich dir empfehlen sowas auch anzuschaffen ja aber halt dann nur wenn ich nicht aufnehme oder sowas ja genau wenn du so chillig spielst das stimmt das ist schon halt echt aber die sind glaube ich noch recht teuer oder ja also ich habe jetzt na gut ich habe jetzt ein relativ teures genommen aber ich glaube es gab auch schon so welche für 100 110 sowas von den dritten ok und es hat jetzt 160 gekostet aber dafür hat es auch relativ also ich weiß jetzt nicht wie es vom sprechen her ist also wie ihr das versteht aber so vom klang her und so hat es halt auch echt gute qualität ja so ich finde es klingt gut so jetzt von dem was ich höre naja das finde ich dann schon ganz gut und der Akku hält echt also ich habe es noch nicht genau gemessen aber ja wenn ich den einmal voll auflade kann ich den ganzen Tag bis abends um elf spielen ok ich war noch nie irgendwie in der Situation dass er irgendwie während des Spielen leer gegangen ist kommt dann auch eine Meldung oder so ne dann piepst du also wenn du noch wenn du noch eine halbe Stunde verbleibend hast dann piepst alle fünf Minuten einmal kurz dann macht es immer so kurz piep naja und dann die letzten fünf Minuten macht es immer so piep 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 ich glaube ich müsste mal das metall was ich gesammelt habe irgendwo jetzt haben wir ganz viele Öfen naja wenn da wo ich stehe ganz rechts rein da sind dick Öfen ja schmelzen genau ich pack von mir irgendwie wieviel da sind das sechs rein und die nehmen dann zwölf raus finde ich fair ne 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 dadurch dass wir jetzt alles zusammenbauen farmen wir oh jetzt ist er weg ne außerdem sind wir du bist wieder du bist wieder zu weit weg gewesen kurz ne er ist die Farme jetzt für die Allgemeinheit komplett ne du bist jetzt auf jeden Fall da draußen ja aber ich nehm halt nicht so gerne Sachen einfach von irgendjemand raus oder so Ja, aber es gehört keinem. Ja, 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 ja. Aber es ist halt, ne, es ist so mein Ding halt. Ich habe immer das Gefühl, ich klaue dann was. Später, also ich baue ja dann oben Wohnungen, da kann man dann auch noch sein eigenes Zeug aufbewahren. Das heißt, ich muss jetzt noch so vieles nehmen, wie ich kann. Wenn die Wohnung dann steht, musst du einmal komplett rund umlaufen und überall noch was rausnehmen. Okay, ich gucke jetzt mal. Was kann ich denn alles nehmen? Ja, ich war jetzt eh für einen Sattel am Sammeln, der mir Gips einfach auf mein Vieh gepackt hat. Ja, für diese kleinen Viecher, die Satteln, das ist ja, kostet ja nichts. Hier. Ist nur unnötig Gewicht, wenn ich ja Metallfarben bin. Ach, es redet wieder. Redet wieder. Ich hatte gerade einen fatalen Error. Da hat es mich rausgehauen. Ah, da kommt er wieder. Also ich hatte noch nie einen Error in Ark. Ich auch nicht. Ich hatte gestern auch gar keinen, aber jetzt hatte ich einen. Doch, ganz am Anfang hatte ich mal irgendwie was. Aber ich weiß nicht mehr genau, was da... Ah, das war glaube ich noch in der Zeit, wo mein Rechner eh rumgespackt hat. Gibt es ja eigentlich irgendwo eine Steinkiste, weil ich habe noch... Ah ja, hier. In der Kiste vor allem. Das Lager ist jetzt eh gleich dran. Ein Schränkelein. Weißt du, ich kann jetzt auch nicht klauen, weil der Gips spioniert. Ich muss mal ganz kurz in den Pause-Screen. Kannst schon wieder weitermachen, Gips. Kannst du wieder woanders hingehen. Vachilis, der muss jetzt nicht, dass du in der Nähe... Mann, ich möchte wieder einen Wolf haben. Ja, die holen wir auch bald. Das war so sexy, rumzurennen. Wir haben einen Vogel, warum holen wir keinen Wolf? Weil wir einen Vogel haben. Boah, das schnellste Reitvieh, das es gibt, ey. So, gleich braucht er eine Pause. Oh, nachtwärts. Jetzt kommt die Creeper raus. Die Creeper, die Creeper. Ach ja. Was denn? So, jetzt bin ich auch wieder am Rechner. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ich frage mich ja immer noch, warum ich so einen Scheiß-Namen gewählt habe. Dann hast du gewählt, um uns in die Irre zu führen, damit wir nicht mitbekommen, dass du auf dem Server bist. War das so? Ja, das war so. Trotzdem haben wir das gleich durchschaut, Kalle. Ja, und seitdem bin ich gebrannt, Markt. Ich glaube, die Katz hat deine Freundin gerade auf dem Gewissen. Ja, ja. Die badgen sich. So, die badgen sie, ne? Meine pennen wieder mal. Ist auch nicht schlecht. Ja, besser als vor dem Rechner rumzulaufen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin zu Fuß schneller. Ja, hier, mach Folgen. Folgen, so. Ja, das ist halt ein kleiner... Ein kleiner Düdel halt. Aber ich bin wirklich schneller als er. Was, die? Ja. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Wo? Moment, gleich. Alter, ist die Fackel hell. Ja. Töte mich nicht. Es ist so dunkel hier in dem Haus. Es will mich töten. Bewegungsgeschwindigkeit hast du. Kleiner Zwerg. Es will mich töten. Love, Forest. Oh. Komm ich da nicht hoch? Du hast dich ausgetrickst. Hm? Du hast den Riggels ausgetrickst. Nee. Bin gar nicht da. Da ist es. Guck da. Alter. Was war das denn? Ah. Aua. 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 Okay. Riggels ist Traitor. Ich wollte dir mal Hilfe. Ja, wo denn? Komm, ist gerade zum Haus geflogen. Wir sind alle auf dem Dach. Ja, dann kommen mal einer bitte über den Fluss rüber. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie man fliegt. Oh, über den Fluss. Ich bin jetzt gerade, ja. Leonor? Wo ist mein Vögelchen? Den hab ich gerade. Weil ich, weil ich was brauche. Siehst du das? Äh, ich würde da weg gehen. Einen hab ich gesagt, bräuchte ich. Einen, der den Vogel fliegt. So ein Vogel. Ah, was ist mit dir? Ja, was ist mit dir? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Ausdauerts Ende. Warum seid ihr so nah herangekommen? Lebt ihn wieder hoch. Ja, kann ich nicht. Ausdauert vorbei. Ich sterbe gleich. Was ist denn mit dir? Achtung, Ausdauert gleich wieder vorbei. Lauf weg, lauf weg. Ich bin zu doof zum Fliegen, Mann. Äh, was tut ihr da? Weglaufen. Ich weiß es auch nicht. Ich bin gleich tot. Lauf nicht dahin, lauf nicht dahin. Da hinten ist der Tod. Warum, was ist dort? Der Tod. Ach, ist das ein neues Dinosaurier-Vieh? Ja. Drei Leben hatte ich noch. Nein! Du hast meine Spitzhacke kaputt gemacht. Der Weg ist gemacht. Lol, der ist weg. Du hast es kaputt gemacht. Der rennt da irgendwo rum. Ich weiß aber, du wolltest 250 Betäubungsfeile erreichen. Also aggressiv. Schuss ins Genick. Vielleicht ist das die Pfeile, die brauchen wir hier. Ja, ich habe jetzt einen Betäubungsfeil in den reingeschossen. Wenn der jetzt wirklich hier liegt, schlafen wäre das super. Das wäre echt super. Dann nehmen wir einen den Vogel und heben den Wolf mal hoch. Ja, bitte, danke. Ich mache das. Wo ist der? Auf der anderen Flussseite. Habt ihr Darts? Ich habe Pfeile. Pfeile töten den. Das haben wir das letzte Mal festgestellt. Nein, mein Wolf nicht. Eher töten. Wo ist der Wolf? Der rennt auf einer Flussseite rum. Alle. Da habe ich mich gerade abgesetzt. Irgendwer schreit da. Hier ist nichts. Hier ist kein Wolf. Ich habe mich hier gerade abgesetzt. Hier genau habe ich ihn abgesetzt. Passt du? Bin ja. Jeda. Ich habe mich ole jer aqui. Ich Americans have besagt. Hier ist ein Meeresweist. Ich sehe das Gesicht. TheseSO, was du hier an? Ich habe gemerkt, immerwandschule hier. Dust war wirklich Alors der Suche die Ophel LISA Ice.